Hi Leute, herzlich willkommen hier im Kurs. Schön, dass du hergefunden hast. Hier geht es um die 8 besten Detox-Methoden. Und in dem 10-Tages-Kurs hier möchte ich dir die nahe bringen. Ich möchte eine Zeit auch nicht verschwenden und dir deswegen gleich sagen, für wen der Kurs hier das Richtige ist. Zum einen wendet sich es einfach an jeden, der seinen Körper reinigen möchte, langsam entgiften möchte und sich dadurch eben wohler, fitter, engangierter fühlen möchte. Und zum anderen an jeden, der Hautprobleme hat. Zum Beispiel Akne, unreine Haut, Pickel, Eczeme oder Neurodermitis. Wenn das zutrifft auf dich, dann ist der Kurs hier das Richtige. Wie erreicht man eben jetzt das Ganze, dass die Haut besser wird, dass du dich wohler, energiegeladener und leistungsfähiger fühlst? Ich gebe dir einmal die Methoden und Werkzeuge an die Hand, eben die 8 Werkzeuge. Da fällt zum Beispiel Basenbäder, Trockenbürsten drunter. Erst erkläre ich dir in den Einleitungsvideos den Hintergrund nochmal genauer, wie das Lymphsystem funktioniert. Und dann gehe ich auf die einzelnen Methoden ein, erläutere dir genau, wie du sie anwenden kannst, in welcher Situation, warum und wie sie funktionieren. Du leitest die Gifte aus und bringst einfach wieder deine Müllabfuhr in Gang. Du kannst dir vorstellen, deine Müllabfuhr, die war entweder einfach überlastet oder hat gestreikt, weil sie schon so geschädigt und degeneriert war. Deswegen hast du unreine Haut bekommen oder andere Krankheiten, weil zu viel Fremdstoffe in deinem Körper eingelagert wurden. Oft haben wir das gar nicht mitbekommen, weil der Körper das immer gleich einlagert, weil es so viel ist, weil er gar nicht die Möglichkeit hat, das alles wieder loszuwerden. In dem Kurs bekommst du die 8 Detox-Methoden dann an die Hand. Ich vermittel dir die klar, einfach und logisch. Du kannst es nachvollziehen, wie die funktionieren am eigenen Leib. Das war es soweit. Also, wenn der Kurs was für dich ist, schreib dich direkt unten ein. Schau durchs Inhaltsverzeichnis nochmal durch, ob das was ist für dich, ob das dir zusagt. Bis im Kurs. Bis gleich. Ciao.